Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge und SturzTV, was dich anzustimmt, weil sie ja bei Fleisch haben auf dem Kanal. Brunan ist leider immer noch krank und sonst sind alle da. Vor allem, HinschutzeV passt auch nicht, sie sind nicht in ein anderer Kanal. Stimmt, die haben alles ja Livestream-Kanal, ne? Ja, war mal so bekannt, aber... Setz dich nicht durch. Nö, ich find das Getrenntes doof, du musst dann die Leute doch, weißt du, ne... Naja, ich weiß schon, ich weiß schon. Könntest du mir ne Schaufel machen, bitte? Ich kann dich nicht nur ne Schaufel machen, ich hab hier auch 140 Frames für dich. Ach, es geht. Komm, ruhig reingucken mit, guten Tag. Von oben oder was? Mhm, über die Spitzen gesprungen. Ja, nice. Bin auch Parcours-Läufer. Nimm mal die Frames, denn nimm mal den Concrete Mix. Wiedersehen macht Freude, falls nicht alles brauchst. Hammer hast du, ja, leg ich los. Wo ist ein Concrete Mix? Hast du das eingesammelt? Ich hab's nicht. Are you kidding me? Ich hab's nicht. Ja, dann ist es weggesprungen oder so. Nein. Suche. Ich hab's auf dem Boden noch liegen sehen, aber das ist irgendwie... Guck mal, ob du das nicht doch irgendwo in der Tasche hast. Ja. Nein. Yes. 500, Mann. Ja, ich hab das... Den Frames hab ich, aber dann... Vielleicht übersiehst du's einfach nur. Uiuiui. Hast du's nicht vielleicht wieder eingesammelt, Jacky? Nee. Würde auffallen. Wir haben Bär vor der Tür übrigens. Scheiße. Scheiße. Ja, keine Ahnung. Oh, meine Musik machen jetzt. Ist wahrscheinlich weggepackt. Liegen einzelne Steine, aber... Wie viel warm bei Feier... Das gibt es doch nicht. Das hab ich hier am Boden liegen. Ist vielleicht in den Mixer reingehobst. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Es tut mir echt leid, aber ich hab das nicht... Gut. Serendipity, ja, ist klar. Ja, ja, ich hab gedacht, ich wär von Bombe schlagen. Tja, dann musst du da warten. Der ist da hinten bei Serendipity. Die... An meiner Hütte. Ah, mehr klar. Ach nee. Ach, der macht's hier, ach, da rum. Oh Gott. Der will mich. In den Arsch. Mach doch die ganzen Dinger kaputt, Freund. Oh nein. Guck mal. Ja. Nicht dagegen schlagen. Gleich ist meine Hacke kaputt. Boah, ich hab Angst, dass er hier hochschlägt, ey. Ja. Ganz stabil, das Vieh, ne? Ja, ja. Oh oh. Wenn der Rill kauft, er denn... Der kennt die Schwachstellen. Ja, ja, der... Der denkt sich da... Weak points for the mess. Dann mal, wie stabil ist denn das Ding? Oh Gott. Oh, ich lauf mal zurück. Ich hab's noch mal Räte. Nee, das. Ja, ich kann besser. Also, ich hab jetzt noch mal das Cement angesetzt. Damit machen wir den Concrete-Mix. Aber der dauert natürlich einen Moment, bis das der soweit fertig ist. Hast du gehört? Ja. Da ist irgendein Stück. Hast du einen Elch gerade getötet? Nee, hab ich nicht, aber ich... Das wohnt irgendwo hier an meinen Spitzen. Ist aber endlich hier. Ist der Tod, der Bär? Ja, der ist tot. So, dann setz ich mal die Dinger... Ja, es tut mir leid mit dem Beton, aber ich hab den auf dem Boden liegen sehen, aber ich konnte ihn nicht aufnehmen. Alles gut, kannst ja nichts für. War wahrscheinlich die Tasche voll. Sag ich jetzt mal. Nein, meine Tasche waren nicht voll. Ich hab ja eh gedrückt und hab dadurch die... Die Frames aufgenommen. Schau dir an, Freund, wenn ich das bei dir sehe. Der hat die bestimmt eingesammelt und sieht's nicht. Jackie, das ist Schrott. Wieso? Ja, ja, kannst du nicht. Das ist mir bei Serentipity schon aufgefallen. Lass doch so, dann lass doch eben offen. Echt? Ja. Dann zieh ich lieber die Mauer um eins Abstand, oder? Das ist ja... Dann setz ich es lieber mit einem Abstand davor. Kannst du die... Ach, die verschwinden gerade schon. Alles gut. Ähm... Der Mais wächst und gedeiht. So. Hat wohl die jetzt machen. Naja, schade. Das mit den Stelzen hab ich natürlich nicht bedacht, ne? Dass das... Dass das Ding ja irgendwie absichern muss. Wobei hier unten könnte ich doch eigentlich auf einer gewissen Höhe... Müsste ich doch gar keine Frames setzen. Das müsste ich ja nur oben machen. Das mach ich auch. Ich nehm die wieder weg. Na, für Kriecher. Du kommst halt nicht mehr ran wie ein Kriecher. Ich würd da innen alles auskleiden mit... Äh, äh... Mit Spikes fertig. Das ist die Laube. Ja, ja, genau. Unten drunter alles. Ähm, aber die... Ich würd jetzt die Rebar-Frames hier nicht verschwenden. Weiß, die setz ich lieber hier vorne vor... Als Mäuerchen. Ich seh meine Hütte schon einkrachen. Oh mein Gott. Warum? Weiß ich nicht. Ich hab das selbe so ein Gefühl. So, dann mach ich hier irgendwo ne Tür rein. Ich habe da so ein Gefühl. Ja. Ich brauch mehr Federn. Ich hab so ein Bauchgefühl. Mal sagen, Bio-Fuel. Ähm, hast du... Hast du einen Schipper? Nee, hast du nicht. Nee, den Schipper hab ich jetzt nicht dran gedacht. Hacke ich mal in den Spitzhack, hab ich mal geschippt. Ich glaub ich auch mit der Faust ganz gut können, oder? Schippen hier rumliegen haben. Nee. Sieht aber nicht so aus. Digli-Ding, 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 digli-Ding. Weiß ich eigentlich mit Iron-Lag-Schematics. Kann ich das? Oder ein, ja. Iron-Boot, Iron-Lag-Armer. Kann ich gar nicht, siehste, guck mal. Ich bin hier schon die ganze Zeit drin. Warte mal, das Sledgehammer. Krieg ich ja auch nicht. Wann ist er mit hier los? Ist halt unsymmetrisch, was soll's. Jeder redet ein bisschen vor sich hin. Wofür, was an? Nee, sagt gar nichts. Äh. Sondern mal zwei können sie nicht hoch. Das ist dann hier praktisch. Okay. Ach so, nee, warte mal. Das kann ich anders machen. Das geht schon. Das geht auch noch. Dann mach ich hier zu. Hier, wenn ihr Hunger habt, mietst du. Mietst du? Direkt zwei Wellen ist nach oben, sagt man. Haik mal in die Essenskiste gepackt. Ja. Ich mach mal. Das ist wahrscheinlich viel zu viel, aber was soll's. So, was hast du denn hier? Ach so, du hast eine Shaved-off-Shutgun gehabt. Die war schon fertig. Sword-off. Sword-off, ja. Shaved. Schwierig. Keine rasierte. Nicht. Okay, das Ding nehme ich. Magnum-Frame-Kite nicht. Ach so, auch eine Shaved-Hunting-Rifle. Ich rede mit mir selber. Ja, ist doch gut. Bleiben wir nicht böse. Nee, ist schon gut. Guck mal hier. Gerade mal gefunden. Welche Farbe hat's denn jetzt? Gelb, Schrapp, dann. Das ist so ein Witz. Ach, scheiße. Das ist falsch. So, ich mach jetzt nur den oberen Bereich mit der Mauer. Dann ist das nicht besser. Unten kann man ja mit Spitzen arbeiten. Alter, wir haben zehn Bika. Ihr könnt euch auch mal die Zeit erinnern, wo Bika-Mangelwaren waren. Ja. Lang, lang ist her. Übrigens, First-Aid-Kids haben wir mittlerweile so viel, dass jeder fünf in der Tasche haben kann. Na, dann komm ich gleich mal vorbei. Do it. Unten in der Medizinkiste, sag ich dazu. Oh, Krascha. Ups. Oh, Mist. Ist die bei dir? Jo. Ich will... Kommst du klar, oder ist das schwierig? Nee, ich treff's nicht. Okay. Ach, sie ist schon tot. Ja, aber du hast trotzdem weit gerufen. Ja. Ich nicht. Sie kreischt hier rum. Hey, Jungs. Bleibt mal entspannt. Nicht gegen die Frames, Mann. Die sind da. Die halten da nicht raus. Ja, der kommt dann hinter die Frames. Oha. Hier auf den Boden. Achtung. Wow. Oh, Mann. Minja ist der olle Zappler. Oh. Pfeile. Pfeile. Schwierig. Probleme. Probleme mit Pfeilen. Oh, wieso steht denn die wieder auf? Wow. Ich wollte mal den Sledger mal ein bisschen skillen. Ich nehm jetzt auch die Maféter. Skillen. Okay, ich bleib jetzt. Ähm. Okay. Oh nein. Oha. Oha. Was treffen die dann immer? Ich hab'n... Nehmen ganz schön lange Arme, die Zombies, ne? Sehr gut. Ich hab'n nicht noch ein Kreischer. Äh, so'n Griecher hier. Der ist tot. Super. Hinter dem. Yes. Oh. Okay. Oh, ich blute, ich blute. Hat jemand was zum Verbinden? Ja, hier, hier, hier. Komm her. Renn, 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 renn. Wo denn? Hier. Liegt jetzt hier. Hinter dir. Säckchen. Drücke. Hast du? Ja, ja. Ich hab'n mich gerade eben erst verbunden und jetzt blute ich schon wieder, weißt du? Oh nein. Scheiße. Oh shit. Ich kann mich bewegen. Wo ist er denn? Ich kann... Oh Mist. Kappen, kappen, kappen. Alter, Vater, ey. Alarm. Hier liegt noch ein, äh, lochen und ein Kriecher rum. Jetzt nicht mehr. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Macht nix. Der ist tot. Blöd Arsch. Die guten Frames. Ich muss sie mit Holz verstärken, sonst halten die gleich gar nichts aus. Na, warte mal. Ich kann mal gucken. Vielleicht ist es schon so weit. Das wird... Ach man. Vielleicht von innen. Das ist ein Schlafsack... Ach, Minias. Warum liegt denn dein Schlafsack, ähm, oben auf dem Dach? Das liegt schon seit x Folgen da. Ja, ich war noch nicht so oft hier auf dem Dach. Ah, siehste mal. Beim ersten Alter hat's noch weh. Mit dem Denken? Oh. Hey. Du solltest doch hier Zement machen, du blöder Ofen. Was ist mit dir? Verdammt. Nicht in Ordnung. Hängt da irgendwo Zement rumliegen. Shit. Die Frames werden nicht reichen. Ich hab noch 126. Aber irgendwann reicht's auch. Was schütze? Ob man die Kehlen auswählt. Na, ich hab das unglücklich gebaut, das Gebäude. Hätte ich die Mauer mehr sparen können. Ich wollte halt mit Stelzen bauen, weißt du? Was ist denn schlimm, wenn sie da drüber laufen? Das ist doch gar nicht schlimm, wenn sie über die Plattform laufen. Über deine? Ja. Die kommen doch eh nicht an mich ran. Also ist doch eigentlich das mit den Frames. Nee, aber dann ist doch dein Haus jetzt, sag ich mal, nicht wirklich sicher. Du kannst auch die Haltung gewertet. Ja, genau. Muss ich hier noch, muss ich hier mal eine Treppe nach oben machen. Ah, ich kann mit Concretemix, kann ich die Säulen aufwerten, sehe ich gerade. Naja. Ach, die Säulen? Ja. Du hast Concretemix? Nein, ich könnte, das sagt mir jetzt an. Ja, klar. Ja, ja, klar. Also schizze. Ja, war klar. Ich muss jetzt, bevor ich die Frames, diese Dinger hier aufwerte, muss ich mir überlegen, ob das Ganze Sinn macht, was ich hier mache. Okay, dann. Eigentlich war mein Konzept ja so, die kommen nicht auf diese Plattform da oben und das soll die sichere sein und hier drüber kommen sie auch nicht, das heißt, es ist doch gar nicht so schlimm. Ich müsste nur unten zumachen mit Spikes. Ich glaube, ich lasse das mit der Mauer. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also meine Idee war ja, dass sie unter den Säulen durchlaufen und das können sie ja jetzt. Die können ja ruhig durchlaufen, die kommen ja nirgendwo hin, wo es irgendwie gefährlich wäre. Hier sind noch 30 Treasure Plates in deiner Müllkiste und 500 Steine, du blöder. Und Spikes vor allen Dingen, die ich jetzt mal setzen werde. Das teste ich jetzt mal, das Ding hier. Ja, die Treasure Plates habe ich gemacht, um die Sachen zu verstärken. Äh, schon klar. Ich setze jetzt erstmal hier unten Spikes rein, in den Zwischenraum. Äh, hä? Okay. Kann man die auch stapeln, die Spikes? Müsste gehen, oder? Ach nee, das geht nicht wie in den Platten. Aha. Die Platten nehmen ja eine Lücke weg. Leider richtig. Das ist echt dumm. Aber das ist natürlich wichtig, damit mir die Scheiße nicht einbricht, ne? Leider auch richtig. Leider geil. Supergeil. Das passt nicht. Nee, die Spikes kann man nicht mehr stapeln. Wo schreit sie denn? Bei mir, glaube ich, ne? Ich sehe sie aber nicht. Ja, irgendwo bei dir. Die sind meine Spikes da hinten. Ja. Also deine. Oh, ich habe keine Pfeile mehr, verdammt. Meinst du, sie überlebt das? Nicht, nee, sie ist tot. Ja, sie hat aber heute rufen. Lass rüberkommen, Sirendi Petit. Dann komme ich zu euch, ne? Ja. Wie, kommen wir Zombies? Ja. Ja. Äh, puh. Ja, aber hier, die kommen hier unten. Also Sirendi Petit's Haus. Sonst setze ich, glaube ich, lieber noch die Dings hier fertig. Oh, die wollen, die zerlegen dein Haus, Sirendi Petit. Ja, ist dann halt so. War gut, dass ich das bei sich hingesetzt habe, oder? Ja, ja, das war auch eine sehr, ähm, blöde Ecke. Da ist schon wieder eine Kreis, Tussi. Oh mein Gott. Oh ja. Scheiße, ich bin gefallen. Ah, ich bin gleich tot. Ich bin gestunnt. Hm, kann dir da nicht helfen. Das macht nix. Bist du noch anliegen? Ich bin in meiner Hütte, ja, ja. Ich bin in meiner Hütte. Oh, du hast es geschafft? Nee, schlecht. Ich glaube, die sind jetzt aber auf meinem Dach. Nee, auf dem Dach ist keiner. So, vor der Hütte ist erstmal kurz. Freiraum. Okay. Geht natürlich auch. Na, los, komm rüber. Ja, ich bin irgendwie total langsam. Nee, der, der kann so ein dicker elaufen. Okay. Wir sind auch bei Tag 14, gell? Heute Nacht geht's ab. Ach, nee, auch noch. Ach, scheiße. Ist schon gut, wo? Ja, mit Spuckern. Nee, ist noch nicht. Nein, nein, nein. Heute Nacht, also. Ja, ja, verstehe. Von 14 auf 15, ja. Also ich hab den Hohlraum noch und jetzt mit Spikes ausgekleidet, damit die sich nicht da festhängen. Aber das mit den Platten ist doof. Ich mein, sie verstärken natürlich die... Oh mein Gott. Was? Die sind genau an meiner Kiste. Jackie, hast du noch Pfeile? Ja, nee, 27. Ah, shit. Hab ich noch Federn? Ich hab noch 17 Federn. Hä? Wo hängt's denn? Hast du noch Steine? Scheiße, die hauen nur in die Hütte platt. Ich hab keine Federn mehr. Wir müssen sie locken, wir müssen sie locken. Soll ich einen Hasen machen? Ich mach einen Hasen. Das schaffst du niemals. Warte, lass mich das so hinweg. Du bist noch das. Du, bleibst nicht. Keine Sau hat sich auf dich gewählt. War, das langt nicht? Nee. Das sind genau drei Soffies mitgenommen, irgendwie. Hm. Dann nochmal. Dann langsam einen nach dem anderen abschießen. Ah, jetzt, jetzt, jetzt kommen sie. Hier bei mir. Nee, bei mir ist hier die Hölle los. Hab ich nicht irgendwas, was hier runterbomben kann? Ich hab keine Pfeile. Haben wir nicht irgendwas zum Sprengen? Dynamit? Jackie. Ja, okay, nächste Runde Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie Jetzt ziehst du sie Ich brauche euch hier Ja, ich komme Nein, ich bin runtergefallen Wie komme ich hier rein? Panik Ich bin in die falsche Richtung Tag, Jungs, hallo Okay Oh, hier sind ja auch Kroppler Konntest du in die Hütte rein? Dann haben wir mal eine Kiste kaputt gehauen Scheiße Also morgens setze ich hier Spitzen Um die Hütte Ich habe hier noch Spitzen Ich setze jetzt kurz mal hier rein Tja Ich könnte außen rumgehen und Spitzen um die herumsetzen Ich habe keine Pfeile mehr Ja, für die letzten fünf jetzt Ich kann die nicht setzen, weil die so viele Ja Oh Gott, oh Gott, oh krass Oh Gott Ich habe Ich habe sie sehen Oh nein Pass auf, rüber Weg, 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 weg Oh, ich bin tot Geh weg Renn, 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 renn Oh, leck Oh, wir sind bei 19 Minuten Oh fuck Shit, lass sie rüber kommen Ich habe auch keine Bandagen mehr, die müsst ihr mir mal Ich hole mir mal Medikett Ähm Sind die noch in meiner Hütte? Soll ich spawnen? Oben drauf, nee, noch nicht Lass Ihr klopft jetzt lieber ab, beenden jetzt die Aufnahme und dann Und dann Oh Mann ey Dann gucken, was wir machen Oh nee, meine Kisten stehen noch Wie geil ist das denn? Die Zombies leben auch Ja, das macht nichts Wer ist dran? Jackie Ach, habt ihr aufgehört? Nein, noch nein Ich habe nämlich nicht aufs Knöpfchen gedrückt Sehr gut Meine Damen und Herren, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Wenn es heißt Blutmond und da es jetzt schon so gut geklappt hat Naja, ich bin gespannt Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Ich bin in die Zombies gespawnt Tschüss